Meine Damen und Herren, große Krisen sind immer auch ein Anstoß zu Aufbruch und Veränderung. Gerade erleben wir das, trotz oder vielleicht gerade wegen des Schreckens, den der Krieg in der Ukraine auslöst. Politische Weichen werden neu gestellt in Deutschland und Europa. Der Rückhalt in der Bevölkerung dafür ist groß, weil die Bürgerinnen und Bürger spüren, ohne Frieden ist alles nichts. Freiheit und Demokratie sind plötzlich keine abstrakten Begriffe mehr, sondern etwas, das es zu verteidigen lohnt. Und überall in unserem Land wird Solidarität sichtbar. Millionen Menschen spenden, sie gehen zu Friedenskundgebung, sie helfen den Geflüchteten aus der Ukraine. Mir macht das Mut, weil es zeigt, in der Krise wachsen wir über uns hinaus, weil es zeigt, wie viel Gutes in unserem Land steckt und weil es zeigt, was wir gemeinsam bewegen können. Schönen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.